Heute haben wir den neuen Space Shooter für iOS, Icarus X Tides of Fire im Video. Ja, hierbei handelt es sich um ein Premium Spiel, welches ihr für 2,99 Euro im App Store herunterladen könnt und beinhaltet damit dann auch keinerlei In-App Käufe. Ja, wir haben zwei verschiedene Spielmodule, zum einen die Kampagne und den Arcade Modus. Bei der Kampagne kann man aus drei verschiedenen Flugzeugen wählen und beim Arcade genauso. Bei der Kampagne kann man dann noch aus drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen, bei Arcade sogar aus vier Schwierigkeitsstufen, wobei die vierte Schwierigkeitsstufe auch schon vom Spiel selber als unspielbar bezeichnet wird. Wir können hier, wie ihr sehen könnt, vier verschiedene Speicherplätze einrichten, was auf jeden Fall auch immer schön ist, wenn das ein Spiel beherbergt oder anbietet. Und ja, dann geht es jetzt gleich mal los. So, wir steuern jetzt eben hier dieses Flugzeug. Das Ganze schießt automatisch und ja, wir müssen es eben hier so per Wisch auf dem Touchscreen bewegen. Ihr seht, ihr müsst euer Gerät auch im Hochformat benutzen. Und ja, diese blauen Sachen hier können wir einsammeln. Auf der anderen Seite natürlich müssen wir den roten Schüssen der Gegner ausweichen. Oben seht ihr unsere Lebensanzeige in rot. Und mit diesen Punkten und so weiter, die wir hier einsammeln, können wir unser Raumschiff dann auch verbessern. Und das Coole ist eben, dass wir keinerlei In-App-Käufe brauchen. Da hat das Spiel ja, wie gesagt, 2,99 Euro kostet. Das Spiel läuft ab dem iPad 3 und ab dem iPhone 5 und nur auf dem iPod Touch der fünften Generation. Erfordert also hier etwas höhere Geräte. Damit auch sicher erst ab dem iPad Mini 2. So, und ihr seht jetzt hier, das ist jetzt eben so eine Art Endgegner. Ihr seht, der ist eben deutlich schwieriger. Wir haben hier also jetzt schon größere Probleme auszuweichen. Und wir sehen da oben dann auch jetzt hier eben eine neue Statusanzeige, die eben das Leben dieses Endgegners hier darstellt. Wobei es natürlich noch weiter geht. Das ist eben ein größerer Zwischengegner. Den wir jetzt hier damit ausgeschalten haben. Und ja, wir fliegen jetzt noch so lange, bis wir selber dann kaputt gehen. Also ihr seht jetzt hier, das ist die einfachste Schwierigkeitsstufe. Aber selbst auf dieser Schwierigkeitsstufe ist es schon relativ schwer. Ihr könnt euch also vorstellen, wie es dann in den zwei weiteren Schwierigkeitsstufen ist. Oder gar im Arcade-Modus eben in dem unspielbaren Spielmodus, wie er ja eben, wie gesagt, vom Spiel selber schon so bezeichnet wird. Ja, dann wird uns eben nochmal angezeigt, was wir jetzt so geschafft haben, geholt haben. Und dann können wir hier eben zum Beispiel unsere Waffen aufbessern, unser Schild und so weiter. Und ja, schauen wir noch kurz in den Arcade-Modus. Hier können wir dann eben ein neues Spiel machen oder fortsetzen. Und ja, dann nehmen wir jetzt hier einfach mal den unmöglichen Spielmodus, ein anderes Flugzeug. Und ja, dann geht es jetzt hier mal los. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir hier zerstört werden. Die unterschiedlichen Raumschiffe haben natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften. Somit müsst ihr euch eben aussuchen, welches besser zu euch passt. Am Anfang vom Kampagnen-Modus kann man das Ganze auswählen. Ja, und ihr seht schon, da ist jetzt ziemlich viel los. Und ja, mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.